Hier sehen Sie die Kabine 81-62, ist eine Balkonkabine, kann man als Drei-Bett-Kabine nutzen oder als Zwei-Bett-Kabine. Hier super schön eingerichtet, mit einer Espressomaschine, schön zwei Sitze. Man kann hier einmal rausschauen, hier hier oben wohnt Helene Fischer, die kann schön auf das Schiff schauen. Und hier haben wir die ganzen Kabinen, schön mit Kindern. Hier haben wir ein paar Geschenke bekommen, eine super tolle Toilette, breite Dusche. Toilette, super schön kruz, das Waschbecken, ganz, ganz toll. So, liebe Grüße vom Hubert, ich hoffe, euch gefällt das Video, unten rechts auf Gefällt mir dritten, dann seht ihr weitere Filme von mir. Bis dann, tschüss.